Nein, 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 nein. Oh, Aufschnitt. Ich will mal meine Kochkünste verbessern. Ah, wo kann ich diese blöde Elixier noch hin? Ja, wenigstens hier muss ein bisschen weiter. Warte mal, die Reagenzgläschen auch nicht. Äußerst merkwürdig. Aber naja, wir kommen damit klar. Wenn nicht, werfen wir einfach die ganzen Beutel wieder raus, wenn gut ist. Kein Wasser, es gibt kein Wasser mehr, Wasser ist für sich. Nur hier die Dinger, die kommen schon da an, wo sie hinkommen. Oder Bauernbeutel. Das ist wie Karotten. Musst mir eigentlich auch in den... Ah, da macht das. Musst ja jetzt ein Bauernbeutel drin sein, oder? Ich hab mir jetzt ihn geworfen. Fängt er mir dann oben hin? Du kannst es ja selbst noch nicht mal... Da muss ich mal mit der Maus bei gehen. Ist ja noch nicht mal hier selbst irgendwie... Das ist blöd. Taschen sind irgendwie voll... Äh... Was? So richtig derbsen scheiße. Äh... Da, 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 da... Gehen wir mal in die City. Das ist Dörfli. Müssen wir ja noch was abgeben. Mh... Nee. Der Beutel war ja schon voll. Da hat er es ja auch nicht sortiert rein. Aber ja, hätte vielleicht auch da ran liegen können, ja. Also irgendwie... Echt komisch. Oh, Krebsfuhl, wo bist du? Stinke Bazille. Geht doch. Äh... Stelle Kampf auf Eisern... Äh... Und Eisern... Ah, okay, du brauchst die Dinger. Kann ich die auch bei dir kaufen? Nö. Na ja, klar. Äh... Sit. Also hier... Ne, da haben wir nur die. Und die. Ne, da haben wir nur zwei Schrott. Zack. Nehmen wir davon genug. Oh, Fianna und ich haben überlebt. Gehen wir mal, die Schatten, die Schattenwürfel sind nicht missgeladen. Und mich haben sie ja verschwunden. Und Fianna hatte Pudding in der Hand. was sind doch die dinge die sehen irgendwie so ein bisschen anders aus noch mal nach hause schlag den esel einfach ich gehe das gerade echt langsam durch aber da sehe ich es nicht kann eine gabel salzig sein zutaten es ist metallschrott irgendwie sehr ich nehme einfach mal beides mit nummer auf nummer sicher zu gehen da hat man es nicht einfach ja jetzt soll kannst du mir helfen ich muss kampfhofeisen und eisernen einhörner herstellen hat horatrick dir diesen flow ins ohr gesetzt nein warum fragst du weil er meine schweren monatlichen depressionen immer mit seinen albernen spesen heilt nein das war ganz allein meine idee also willst du meine schweren monatlichen depressionen mit deinen albernen spesen heilen warte warte das ist wirklich kein scherz ich brauche diese hufeisen und hörner wirklich das macht dann 25 silber und dann gleich noch mal so viel weil du mir die laune verdorben hast ok ok hauptsache du bist nicht sauer komm morgen wieder oder am besten überhaupt nicht haschloch haschloch man soll wenn er seine tage hat woanders hingehen so gucken ist der jetzt ein goldener kürbis goldener kürbis freierungen schafft freigestellt plötzlich es geht runter wie öl jetzt gehen wir schnell zu kloto gehen wir schnell zum kloto der holt es auch von den lebendigen ja wenn wir jetzt mal berechnet ich habe nur noch 61 golden und 4 silber ist es nee kann man ja gar nichts mehr sich leisten hekelöde verzauber einen kürbis kloto könntest du einen kürbis verzaubern um genau zu sein muss er in eine eindrucksvolle luxuskutsche verwandelt werden ach mein junge deine unerfahrenheit in herzensangelegenheit ist ja so niedlich aber hör mal auf den ratschlag einer alten frau glaubst du wirklich dass du eine moderne junge dame mit einer kutsche beeindrucken kannst warte mal die ist nicht für mich und ich will niemanden damit mein junge moderne frauen wollen dinge haben die viel kultivierter sind als kutschen wir leben in furchtbaren zeiten voller verkommener moral moderne frauen sehnen sich nach liebe nein fürsorge ach du schande unterhalt oh deswegen so teuer treue naja das kriege ich gerade noch so hin kannst du dir das vorstellen ja das ist furchtbar der untergang des abendlandes aber ich möchte trotzdem dass du das machst nur für 50 seber boah wie soll das nur bezahlen ich hätte einfach fragen sollen wie teuer der spaß wird ja komm morgen wieder magischer kürbis ok ich hab einen magischen kürbis vielleicht sind seine tage diesmal besonders schmerzhaft tolle bäder was was für bäder bäder was hab ich was verpasst achso was frauen heutzutage haben wollen tolle bäder hmm könnte sehr gut sein ja junge frauen mögen schicke bäder diese mögen eigentlich nur zwei waschbecken und zwei spiegel mehr brauchen sie nicht und dann ein kerl der immer so anguckt und ja schatz du siehst wunderschön aus sich in innerlich dann nur so denken hätte ich mal doch auf meinen freund gehörten das für vitali benutzen wird dann mal abgeliefert auch mal wieder hier reinpacken das auch muss ich immer so viel dreck mitschleppen dann gehen wir jetzt einfach pennen bevor er wieder rum holt ich glaube das ist mittlerweile die zweite leiche wird bestimmt schon befüllen hier ist die einzige nein sie fing noch nicht an zu verwiesen das ist schon mal positiv ach hast die könnte ich so viel anstellen aber darauf habe ich keine lust hier rein viel spaß beim brutzeln und ich gehe schon wieder unnötige schritte seele heilen seele ist geheilt die schießen wir auch gleich mal rüber 24 leckt mich am arsch marie kenne ich eine marie ja ich kenne sogar eine marie der muss da vor klingeln ja freundin von mich ja ok hat sich erledigt mittlerweile verlobte keine ahnung steigt da irgendwo nicht durch wegen den gerüchten weißt du schlange es gibt da ein paar gerüchte über das was du zuletzt in der stadt passiert ist wovon redest du darfst du hast bestimmt auch gehört dass dem bischof eine große summe geld entwendet wurde nein das habe ich nicht erzähl mir alles hier nimm das du bist also kein verdächtiger denn du hast ja ein alibi das bedeutet dass noch jemand in der stadt unterwegs ist und diese person noch talentierter ist als du ein dieb der keine schwung hinterlässt kann das wirklich sein natürlich und die geschichte verbreitet sich nicht nur in der stadt sondern auch im dorf das ist nicht gut ich habe noch eine errung geschafft hey nun ok schauen wir mal wer talentierter ist wegen dieser heilskette wegen dem ritual ok dann haben wir alles hier dann können wir jetzt zu eurig dann können wir jetzt zu eurig ich glaube die ist doch gar nicht jetzt mit dran oder da mussten wir die jetzt schon machen ich bin der meinung die kommt zum schluss überrede sie mit eurig zu tanzen die wollen nur tanzen mehr nicht denk mal danach wollen sie erst ihre feurige leidenschaft entfesseln mit ja er will auch die lust haben es war ja klar so pervers das können wir auch mal hier lassen nur eine muss ich mitnehmen der rotten sollte ich oben jetzt auch mal reinpacken wieder und ich muss ein paar uhrengräber glaube ich aufstellen ganz vernachlässigt wenn ich schon hier bin gucke ich extra für alicea jetzt nach wasser wasser ist noch genug da ja dann stellen wir mal wieder ein bisschen bier mit her und äh das oh hab ich 16 ach ja stimmt ja es gibt ja nur noch drei aschen davon wenn ich das da unten verbrenne äh 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 sehr lirb von mir äh von dir ja 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 verstanden alles kein problem hin und wieder kann ich ja mal mitdenken weil davon brauche ich 10 stücke ernsthaft äh äh diese unnötigen arbeiten das hält es hier wohl nicht aus mhm mhm so wenn ich schon mal herstellung ich frage mich allen ernstes warum ich keramik schlüssel herstelle wenn ich daraus habe dann anschließend töpfe herstelle das ist irgendwie so ein unlogischer arbeitsschritt aber wir befinden uns in einem video spiel äh da ist das jetzt nochmal wenn es unlogisch ist genau dafür wird man auch noch total untermitt sein yeah ja bin da voll deiner meinung rüber ei 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 so wo ich denn jetztutral nee muss ich eigentlich ähm nemen nemen dummdum dumm dumm Surely die ist ja eigentlich auch so funzt hm na keine frequencies nein Ich will den Friedhof. Kann ich nicht von hier aus auf den Friedhof zugreifen? Kann ich da überhaupt so ein Ding hinstellen? Mal gucken. Keramiktöpfe sind für alle Herdarten geeignet. Das mag ich zu bezweifeln. Ne, kann ich hier tatsächlich nicht hinstellen. Das ist ein polierter Stein und vier Holzbalken. Äh, wieviel von dem polierten Stein? Auch viel. Ich glaube, wenn ich das in einen Schmelzofen reinpacke, für Eisenerz, glaube ich, würde das nicht gut gehen. Ja, man kann sie darauf stellen. Je nach Herd wird was anderes passieren, die es in dem Spiel gibt. Jetzt versucht sie wieder die Kurve zu kriechen. So, Puli J. Machen wir mal acht Stück. Weg hier. Äh, Biken. Weg. Aber ich müsste 24 Pütti zusammengekriegt haben, schon mittlerweile. ja ja nur einen können wir nicht einbrüllen lassen wir hier das war siegfried siegfried mögen siegfried hat beim kartenspiel bedroht die genügend besoßen Dieses Spiel, ey, das macht so einfertig. Ganz ehrlich, da ist es sogar einfacher, bei Satisfactory von der einen Seite der Map zur anderen Seite zu bauen. So, da haben wir sogar schon ein Spiel, von dem Baum fählen wir mal, der sieht scheiße hier aus. Da muss ein Uhrengrab hin. Kommt, jetzt habe ich die Uhren vergessen. Nein, ich schweine, ihr habt ihr. Da, da, da. 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 Bis zum nächsten Mal.